Was speichert Google eigentlich auch Bilder von mir? Nein, Google selber speichert keine Bilder und auch keine Informationen. Google zeigt nur das an, was ihr Webcrawler, der Googlebot, erfasst hat. Das heißt, sie durchsuchen das Internet nach Seiten, erfassen sämtliche Worte und Informationen, die da stehen, und legen dafür Indexe an. Zum Beispiel für ein Foto, für einen Begriff, der in der Information dieses Bildes angegeben ist, wahrscheinlich der Name der abgebildeten Person. Gespeichert wird nicht und gelöscht wird auch nicht, sondern bei der nächsten Erfassung wird die Information entweder neu erfasst oder wenn sie verschwunden ist, wird sie nicht mehr erfasst. Dann wird dieser Eintrag im Index auch gelöscht. Das heißt, Webseiten, die es nicht mehr gibt, die findet Google auch nicht mehr oder gibt es da andere Möglichkeiten, gelöschte Websites im Internet zu finden? Webseiten, die gelöscht wurden, können noch eine Weile bei Google angezeigt werden in den Suchergebnissen, da sie von dem Stand, als sie das letzte Mal indexiert wurden, bis der Webcrawler wieder versucht, diese Seite aufzurufen, zu überprüfen, gibt es die Seite noch, welche Inhalte sind da und neu indexiert. In welchem Zeitraum das passiert, ist unklar, da weiß man nichts genaueres, aber man kann davon ausgehen, dass alle paar Monate eigentlich jede Seite im Internet neu indexiert wird. Es gibt Dienste, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Internet zu dokumentieren, den jeweiligen Status. Die können dann zum Beispiel frühere Versionen der gleichen Webseite anzahlen. So etwas gibt es auch. Nicht jede Website muss da indexiert sein, die schauen auch auf Relevanz natürlich, aber man findet da dann doch noch sehr viel. Zum Beispiel, wie sah mein Blog früher aus? Beiträge, die ich gelöscht habe, können da angezeigt werden. Das ist schon theoretisch möglich. Gibt es für Suchmaschinen oder für Google oder andere Dienste eigentlich auch die Möglichkeit, noch anders an Fotos von mir oder an andere Daten zu gelangen? Indem ich zum Beispiel die Dienste nutze, selber die Informationen online stelle. Also bei Fotos könnte man jetzt quasi den Picasa-Dienst von Google nehmen. Man könnte auch von der Suchmaschine Yahoo natürlich die Fotoplattform Flickr nehmen. Ich lade Fotos hoch. Ich schreibe noch hin, wer ist das eigentlich? Das kann ja ich sein. Also wissen die Suchmaschinen auch, sie haben wieder einen Namen, der in Verbindung mit einem Foto steht. In den Daten des Fotos steht vielleicht auch der Geo-Tag. Das heißt, ich weiß, wo wurde das Bild aufgenommen. Das kann ich ja auch alles einsammeln. Auch wann. Wann wurde es hochgeladen? Wer hat es hochgeladen? Im besten Fall natürlich ich. Und dann gibt es natürlich auch, das kennt man aber auch zum Beispiel von den Fotofunktionen bei Facebook, inzwischen sogar beim Mikro-Blogging-Dienst Twitter, dass ich sagen kann, wer ist in diesem Foto zu sehen. Und da kann natürlich auch jemand anders schreiben, dass ich in diesem Foto zu sehen bin, ohne dass ich darauf Einfluss habe. Und das sind natürlich alles Informationen, die diese Dienste auch haben wollen, die sie speichern und die sie nutzen. Ob sie dann zum Beispiel in den Ergebnissen der Suchmaschinen angezeigt werden, das hängt auch von den Privatsphäre-Einstellungen ein. Ich kann natürlich auch auf Picasa und Flickr Sachen hochladen und alles auf Privat stellen. Es soll nicht von Suchmaschinen erfasst werden. Dann speichern die Dienste diese Informationen trotzdem, weil sie sie ja selber benutzen wollen. Aber sie werden dann nicht öffentlich angezeigt. Oder ich sage, nein, es kann alles öffentlich erfasst werden. Die Suchmaschinen dürfen auch diese Seiten durchsuchen. Das kann man ja auch bei jedem Blog quasi einstellen, ob man das möchte. Und dann können diese Fotos auch in den Suchergebnissen erscheinen. Also suche ich einen Begriff zum Beispiel in einer Suchmaschine, in der Bildersuche, dann finde ich sehr oft Fotos von der Wikipedia oder von Flickr. Vielleicht auch noch von irgendwelchen Stockfotografie-Plattformen, die natürlich gefunden werden wollen und deshalb auf diese Indexierung setzen. Sie erlauben Google und anderen Suchmaschinen, mit dem Webcrawler vorbeizukommen, die Seite zu erfassen und die Informationen, die hier hinterlegt sind, zu speichern und dazu Indexe anzulegen. Wie kommen denn Suchmaschinen, zum Beispiel wie Google, noch an Daten über mich? Natürlich auch direkt durch mich als Nutzer. Was gebe ich an? Zum Beispiel bei Bildern könnte ich natürlich einen Dienst wie Picasa von Google nutzen oder die Flickr-Fotoplattform von einer anderen Suchmaschine, Yahoo. Ich kann ein Foto da hochladen, das ist von mir. Ich kann angeben, das bin ich. Durch den Geotech, also die Information in der Bilddatei, wo dieses Bild aufgenommen wurde, wissen die Plattformen natürlich auch den Ort. Das können Sie anzeigen oder anders nutzen. Sie wissen, wann ich das Foto aufgenommen habe, sogar mit welcher Kamera, in welcher Auflösung und Sie wissen natürlich, wann ich es hochgeladen habe. Das sind alles Informationen, die diese Plattformen, diese Suchmaschinen speichern und nutzen wollen. Ob diese Informationen öffentlich werden, das kann ich in den Privatsphäre-Einstellungen einstellen. Ich kann zum Beispiel erlauben, dass die Bilder öffentlich auffindbar sind, dass sie von Suchmaschinen indexiert werden und angezeigt werden. Das heißt, suche ich dann nach meinem Namen, finde ich auch Fotos von mir direkt, die ich hochgeladen habe. Da muss nicht immer ich drauf zu sehen sein. Vielleicht ist es auch ein Bild der Elbe-Landschaft, die ich gemacht habe und meinen Namen dazu geschrieben habe, dass das Bild von mir ist. Denn diese Suchmaschinen indexieren ja sämtliche Begriffe. Und wenn Sie dann dieses Foto der Elbe sehen, indexieren Sie auch Tobias Schwarz, weil ich meinen Namen darunter geschrieben habe, und setzen eine Verbindung zwischen dem Foto und meinem Namen. Der nächste Schritt ist natürlich auch, das können Dritte ja über mich auch machen. Das heißt, ich kann fotografiert werden und dann lädt das jemand bei sich hoch und schreibt, hier ist Tobias Schwarz zu sehen. Das kann, das kommt ganz auf die Fotoplattform an, mein Bild mit meinem Namen verteckt werden. Das heißt, die Person kann mein Gesicht markieren und sagen, das ist Tobias Schwarz. Vielleicht habe ich sogar ein Profil, sodass eine Verlinkung zu meinem eigenen Profil auf dieser Plattform entsteht. Und schon können Suchmaschinen auch zu meinem Gesicht Profile anordnen, Informationen anzeigen lassen. Und suche ich dann meinen Namen, finde ich vielleicht eine direkte Porträtaufnahme von mir. Das ist unterschiedlich gut, diese Technik ist noch nicht sehr ausgefeilt. Ich als Bartträger bin eigentlich sehr gut geschützt von Gesichtserkennungssoftware, da bis zu 40 Prozent meines Gesichtes Metall bedeckt sind. Hat man ein glattes Gesicht, zeigt sehr viel Haut, funktioniert diese Gesichtserkennung wesentlich besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.